Wie viele von euch wünschen sich mehr Abschlüsse, dann bist du hier in diesem Video genau richtig. Vom Verkaufsmuffel zur Verkaufsmaschine. Sie ist eine wirkliche Powerfrau, weil sie natürlich nicht nur, um ihre Geschichte zu erwähnen, eine sensationelle Vertrieblerin ist. Nein, heute bringt sie Menschen in die Kraft, in die Selbstständigkeit, hilft das Unmögliche möglich zu machen, das Kleine groß zu machen und das Ganze auch für große Unternehmen. Ich bin froh, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Anne-Christin Holm. Warum ist Mindset so wichtig? Wie viel von dem, was du als Kind bekommen hast, ist heute für dich noch relevant? Was haben dir Mama, Papa, Oma, Opa, deine engsten Erziehungspersonen erzählt? Was haben sie in dich hineingelegt, als du noch ein kleines Kind warst? Als du noch ein Baby warst und mit so großen, neugierigen Augen auf die Welt gekommen bist und all das aufgenommen hast, was um dich herum über das Thema Geld verdienen, Arbeiten, Lebensfreude, Lebenslust oder auch Verkaufen oder Verkäufer erzählt haben. Was hast du aufgenommen im Krippenalter, im Kindergartenalter und später im Schulalter? All das, was du damals gehört hast, ist heute unglaublich relevant. Es kann sein, dass es dir aber nicht bewusst ist. Es wird wahrscheinlich so sein wie bei mir damals. Ich bin in Dresden in der DDR aufgewachsen. Erst mit 13 Jahren fiel die Mauer und ich erlebte die Veränderung von dem sozialistischen System zum kapitalistischen System. Was wurde aber in mir die ersten zehn Lebensjahre angelegt? Ich möchte es dir verraten. Ich habe oft Sätze gehört wie Das ist halt so, da können wir nichts machen, da müssen wir das Beste draus machen. Wer weiß, wofür es gut ist. Nicht so laut, wer weiß, was die Nachbarn sagen oder denken. Im Westen ist eh alles schlecht. Das funktioniert eh nicht. Da ist Ellenbogengesellschaft. Das sind die ganzen Arbeitslosen. Da wird man schnell ruiniert. Und wir machen unseren eigenen Schuh. Das sind nur ein paar Beispielsätze aus meinem Leben. Und vielleicht erinnerst du dich mal daran, was du früher als Kind oft gehört hast. Denn all die Dinge sind unbewusst in dein Unterbewusstsein hineingeraten und machen dich heute aus. All die Dinge bestimmen deine psychologische Struktur. All die Dinge sind für dich ausschlaggebend für deine Entscheidungen, die du triffst. Für deine Denkweise über das Verkaufen. Und ich habe mich damit wirklich lange beschäftigt. Denn durch meine Erfahrungen, die ersten 13 Lebensjahre in der DDR, hat es viel mit mir gemacht, dass dieses System auf einmal zusammengebrochen ist. Dass auf einmal die Schulbücher ausgetauscht wurden. Dass ich auf einmal kein Pionier mehr sein musste, wo das vorher so gelobt und beworben wurde und was ganz Besonderes war. Plötzlich wurde mir diese Rolle entzogen als 13-Jährige. Und ich hatte mich ja schon so gefreut, dass ich ein großer Pionier werde und in die nächste Stufe gehe. Es wurde ja so in mir immer wieder erzählt und angelegt, dass das was ganz Besonderes ist. Und das fiel auf einmal weg. Und somit wurde mir diese Rolle auch entzogen als Pionier weiterzugehen. Und es entstand wie ein Loch, aber auch eine Freude auf das, was da jetzt alles kommt. Ich war riesig neugierig auf das Leben. Ich war riesig neugierig auf die Reisen, auf die Geschäfte, auf das Einkaufen, auf all das, was jetzt möglich war. Und später hatte ich eine Riesenangst, als ich dann meinen Schulabschluss hatte, als ich ins Ausland ging, als ich Reisen alleine unternahm, in den Westen oder nach England oder ins Ausland, hatte ich eine Riesenangst. Mir war aber damals nicht bewusst, wo diese Angst herkam. Und ich wendete viel Energie und Kraft auf, trotzdem alleine nach England zu fahren, alleine auf die Kanaren zu fahren, alleine eine Arbeitsstelle anzunehmen. Ich habe in Cambridge gearbeitet, ich habe auf Gran Canaria in einer TUI-Anlage gearbeitet und dort Immobilien verkauft und bin alleine nach Irland und in andere Länder und habe eine Riesenkraft und Energie aufwenden müssen, weil ich mit einer Riesenangst im Flugzeug saß. Ich dachte zum Beispiel, als ich nach Gran Canaria flog, dass es vielleicht eine Schlepperbande sein könnte, die sich dahinter versteckt hat, obwohl ich in Berlin ein Bewerbungsgespräch hatte und die Menschen kennenlernen konnte. Und es war ein Angebot der TUI, einem der größten Reiseveranstalter. Aber diese Angst in mir, die begleitete mich den ganzen Flug und es raubte mir so viel Energie. Und ich war so froh, als ich dort auf Gran Canaria ankam und alles so war, wie man es mir erzählt hatte. Und ich erzähle dir diese Geschichte, damit du vielleicht dir bewusst machen kannst, wo hast du Blockaden oder Ängste entwickelt, dass du vielleicht das Gefühl hast, du bist ein Verkaufsmuffel. Wo hast du vielleicht in dir Dinge angelegt, wie Verkaufen ist schlecht, Verkaufen ist nicht gut, da wird man über den Tisch gezogen. Wo hast du vielleicht Erfahrungen gemacht, dass man dir Dinge angedreht hat, wo du dich schlecht gefühlt hast, wo du ein Bild von einem Verkäufer hast, der einfach nur schmierig, eklig oder einfach nicht schön ist, nicht menschlich, vielleicht Druck macht. Und stell dir mal vor, du bist jetzt Unternehmer, Unternehmerin oder Verkäufer und du musst jetzt selbst deine eigenen Sachen verkaufen. Und in deinem Unterbewusstsein ist aber angelegt, das macht man nicht, das ist schmierig, das sind Drücker, das ist ein Türklinkenputzer. Dann möchte dein Unterbewusstsein dich davor unbewusst bewahren, dass du jetzt genauso eine schmierige Person bist. Und dadurch brauchst auch du ganz viel Kraft und Energie, um trotzdem Telefonakquise zu machen, um trotzdem Videos zu machen, um trotzdem täglich Beiträge zu schreiben, um dennoch Storys zu machen oder Reels auf Insta. Es kostet dich genauso viel Kraft, dich damit zu beschäftigen und auf den Weg zu machen, täglich präsent zu sein, so wie ich damals im Flieger saß auf dem Weg nach Gran Canaria. Denn meine Neugierde auf das Leben auf einer Insel in der Sonne war viel größer als die Angst. Und so erlebe ich es oft bei meinen Kunden, der Wunsch nach Erfolg, nach Buchungen, nach Abschlüssen, ist größer als der Misserfolg oder der Mangel oder die jetzige Lebenssituation. Aber es kostet so viel Kraft und Energie, trotzdem live zu gehen, trotzdem rauszugehen, trotzdem für seine Positionierung zu sprechen, für seine Angebote sich stark zu machen, die Wörter zu lernen, die Elemente zu nutzen und einfach mit Spaß und Freude präsent zu sein, täglich präsent zu sein mit einem guten, spaßigen Gefühl. Deswegen bedeutet Mindset für mich auch, dass wir uns bewusst werden, wenn wir Dinge tun und sie fühlen sich schwer an, wenn du spürst, du bist ein Verkaufsmuffel, dann mach dir bewusst, warum, wo kommt das her, was denkst du übers Verkaufen? Und es dauert manchmal eine ganze Weile, um darauf zu kommen, weil all diese Gedanken jahrelang in dir angelegt wurden, weil sie für dich normal sind. Es kann sein, dass es für dich normal ist, dass du denkst, Verkäufer und Vertriebler sind schmierige Typen. Und dann kostet es dich ganz viel Energie, dagegen anzukämpfen. Und glaube mir, es ist viel leichter, wenn du ein positives Bild hast über das Verkaufen. Wenn du sagst, eine Verkaufsmaschine zu sein, ist cool, nur als Beispiel. Oder einfach Spaß und Freude hast, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, mit Spaß und Freude dich zu zeigen. Wie wurde denn bei dir zu Hause über Erfolg gesprochen? Oder über das Geldverdienen? Oder über das Arbeiten? Wie sind denn Mama oder Papa bei dir zu Hause mit Geld umgegangen? Wer hat denn das Geld zu Hause verwaltet? Wer hat entschieden, was investiert wird, welches Auto gekauft wird, welche Urlaubsreise bezahlt wird? Das sind alles Fragen, mit denen du dich beschäftigen kannst, wenn es um deinen Business-Erfolg geht, um das Verkaufen. Denn das wird dir bewusst machen, was in dir angelegt wurde. Das wird dir bewusst machen, gegen was du die ganze Zeit vielleicht kämpfst, ohne dass du es weißt. Vielleicht hast du dir darüber auch noch nie Gedanken gemacht. Vielleicht hast du dir auch immer schon darüber Gedanken gemacht. Wichtig ist letzten Endes, dass du für dich feststellst, dass du dir das bewusst machst, wie du über die Welt denkst. Ist es für dich alles leicht und einfach, kommt der Erfolg von ganz alleine. Ist es für dich aber ein schwieriger Kampf und du hast das Gefühl, du wirst es nie schaffen oder es wird immer noch schwer sein und Arbeit kosten, du musst dich überwinden, dann wird es auch schwer sein. Stell dir mal vor, du bist jetzt Verkäufer oder Unternehmer und bietest deine eigenen Dienstleistungen, Produkte an. Und du fühlst dich aber durch diese negativen Erfahrungen, die du gemacht hast, richtig schwer, richtig falsch und fehl am Platz. Du weißt aber, du musst es irgendwie tun, weil es gehört zu deinem Unternehmen dazu. Wenn du keine Kunden hast, kannst du keine Rechnung bezahlen. Wenn du keine Kunden hast, bekommst du keine Referenzen, keine Weiterempfehlung. Deine Vernunft sagt dir also, komm, geh raus, zeig dich, verteil Flyer, sprich Menschen an, telefoniere, mach was. Aber es kostet dich so unglaublich viel Energie. Und stell dir mal vor, dein Unterbewusstsein wäre darauf angelegt, dass das alles Spaß macht, dass das wie ein Spiel ist, an dem du teilnimmst, an dem du die Verkaufsmaschine bist, der Chef bist, der Motor, der Kapitän und du so richtig Spaß hast. Und stell dir mal vor, es wäre alles viel leichter für dich, wenn du das einfach machen würdest, wenn du neue Erfahrungen machen würdest, wie lustig Verkaufen ist, wie angenehm Verkaufen ist, wie die Gespräche sich entwickeln, wie unter sympathischen Freunden, wie Freundschaften entstehen, wie Menschen sich bei dir melden, weil sie dich online schon so besonders wahrnehmen, weil sie dir vertrauen, weil sie verstehen, was du für Probleme lösen kannst, weil sie mehr darüber erfahren wollen, weil sie sich richtig freuen, dass du dir Zeit nimmst, um mit ihnen zu telefonieren. Stell dir mal vor, dieser ganze Aspekt der Verkaufsarbeit würde dir Freude bereiten, statt dich zu belasten, würde dir Energie geben, statt dir Energie zu nehmen. Stell dir mal vor, das wäre einfach alles da. Du hättest ein eigenes System, du hättest deine Verkaufsmaschine, sie würde laufen und du hättest Spaß und Spaß und Kunden und Kunden, Abschlüsse, Einkommensströme, müsstest dir keine Gedanken mehr machen, ob Kunden kommen, sondern nur, wie sie kommen und wie du das Geld anlegst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, lade ich dich ein, sei heute wieder dabei in meinem Live-Webinar. Immer Donnerstag, 20 Uhr, ist meine Gratis-Marketing-Masterclass, wo ich dir genau das zeige, wie ich auch meine Online-Verkaufsmaschine aufgebaut habe, sodass auch ich als alleinerziehende Mama neben der Festanstellung mir 2017 im Nebengewerbe ein Online-Business aufbauen konnte, davon seit 2018 gute Einnahmen generiere, sodass ich es auch mir dann 2019 erlauben konnte, zu kündigen. Ich konnte kündigen, ich hatte meinen Puffer, ich musste keine Gründungszuschüsse in Anspruch nehmen, gar nichts. Ich habe alles aus meinem tiefsten Herzen aufgebaut, um Menschen zu helfen, zu inspirieren, zu motivieren, auch Spaß und Freude zu entwickeln mit dem Verkauf. Denn für mich ist das Wichtigste, dass ich als Coach wirken darf, dass ich Kunden habe, dass ich Freude habe und dass ich meine ganze Leidenschaft und Freude und Energie in mein Coaching stecken kann und nicht Angst haben muss, dass ich gar keine Kunden habe oder Angst davor haben muss, wie ich jetzt live gehe, wie ich jetzt aussehe oder was ich überhaupt sage, ob ich das überhaupt sagen darf. Für mich ist entscheidend, dass ich Spaß habe, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen. Und ich weiß auch von vielen anderen Kunden, dass sie sich das so sehr wünschen und helfe dadurch genau an dieser Stelle und lade dich ein, heute gratis 20 Uhr der Marketing Masterclass dabei zu sein. Mein Name ist Anne-Christin Holm und ich unterstütze Menschen, nicht nur als Unternehmensberaterin oder Coach oder Digitalisierungsexpertin, dabei zu wachsen, ihre Positionierung zu finden, ihre Vision zu leben, ein erfülltes, schönes Leben zu leben und einfach frei zu sein, von diesem Druck verkaufen zu müssen. Wenn dich das anspricht, wenn du auch diesen Druck loswerden möchtest und einen Plan haben möchtest, eine Verkaufsmaschine, dann sei heute 20 Uhr unbedingt dabei. Deine Anne. Wie ich wachsen kann und wie ich meine Kunden unterstützen kann. Anne, vielen Dank. Hey, wenn du dir noch nicht ganz klar bist, ob deine Positionierung die richtige ist oder ob sie bei anderen gut ankommt, dann komm einfach zu Annas Workshop. Du hast Leute, mit denen du dich austauschen kannst und deinen Aha-Effekt mit Sicherheit bekommst. Danke, Anne. Du kannst nur jedem raten, sowas mal mitzumachen. Man kommt einfach weiter. Vor allen Dingen, man kommt wirklich mit dem ganzen Team endlich mal an sein eigenes Mindset. Danke, Anne, dass ich dabei sein darf und ich empfehle es zu 1000 Prozent allen Frauen weiter, die nicht richtig durchstarten wollen. Ich bin Dagmar und Führungskräfte-Coach und mit Vertrieb habe ich überhaupt nichts am Hut. Aber wenn du wissen willst, wie es geht, dann komm zu Anne-Christine und die Nachricht auch nicht derあっzeit. Ich bin alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017